In Visual Effects möchte man dieses Gamma entfernen und linear machen, weil wenn du es runterbrichst, sind Visual Effects Pixel-Mathematik. Also seid ihr keine Kameramarkier, sondern eigentlich Kameramathematiker. Und jetzt stellt euch mal vor, eure Mathematik dahinter ist nicht linear. Ihr würdet also einen Pixelwert von 0,2 hinzufügen, aber es würde im Output irgendwie was ganz anderes werden. Und deswegen wollen wir im Visual Effects Bereich zuerst von unserer gesamten Footage das Gamma entfernen, es linear machen, dann die ganze Mathematik abschließen und dann am Ende das Gamma wieder drauf rechnen. Dann sind wir auch gammatikalisch korrekt. Herzlich willkommen Kameramarkier zum manuellen Linear Workflow Tutorial in DaVinci Resolve. Also wie man das Gamma in Fusion entfernt, wenn man kein Color Management aktiviert hat. Denn mit Color Management versucht DaVinci Resolve das automatisch zu transferieren, was oftmals ziemlich gut funktioniert. Aber zu wissen, wie man es manuell macht, ist natürlich um einiges genauer. Das Gamma zu entfernen ist super wichtig, damit die Tools in Fusion richtig funktionieren und damit wir in Linear Space keine mathematischen Fehler machen. Und genau darüber hat Tim vom Fabkanal schon ein Video gemacht, was Gamma, wieso und da habe ich auch erklärt, weshalb wir das Ganze machen wollen. Okay, aber jetzt erstmal zum Umsetzen, wie kannst du was machen. Und dafür habe ich ein gratis Testprojekt vorbereitet. Das kannst du kostenlos runterladen mit dem Link in der Beschreibung. Und dann kannst du es importieren, indem du in deiner Project Page mit Rechtsklick auf Restore Project Archive klickst, dahin navigierst, wo du die ZIP-Datei entpackt hast, die .dra-Datei anwählst und dann auf Open klickst. Vorsicht, unter Windows wird die .dra-Datei als Ordner angezeigt, was ein bisschen doof ist. Aber du musst nur diese Datei anklicken und dann auf Open klicken und damit kriegst du dieses Gamma-Projekt hier. So, und darin siehst du nur diesen einen unteren Clip mit dem finalen Compositing. Okay, aber wie bin ich jetzt dahin gekommen? Doch bevor wir jetzt irgendwas in Fusion machen, möchte ich zuallererst nach den Metadaten gucken. Das hier ist ein Blackmagic Design Film, weil das von meiner Pocket 4K kommt und die ist in 200 ISO gefilmt worden und mit dem Gamma von Blackmagic Design Film. Okay, mit dem Wissen springe ich jetzt in Fusion rein und jetzt möchte ich quasi das hier in Linear transformieren. Und für Log-Profile gibt es dann das Cineon Log-Tool und dieses Cineon Log-Tool entfernt mein komplettes Gamma. Dazu solltest du allerdings wissen, was das für ein Log-Profil ist, mit dem du gefilmt hast. Ich habe hier keinen Cineon-Scanner benutzt, sondern ein Blackmagic Film und hier Blackmagic Design Film mit einem ISO von 200. Yay! Damit sieht es downright ugly aus. Aber das liegt daran, dass wir jetzt in Linear sind und wir noch keine LUT hier oben aktiviert haben. Und um das uns jetzt wieder normal anzeigen zu lassen, können wir jetzt hier eine Gamma View LUT aktivieren und unter Edit auch noch spezifizieren, wie wir uns das anzeigen lassen. Das Gamma haben wir ja schon removed, deswegen möchte ich hier den Haken rausnehmen. Aber unter Output Space möchte ich hier auf jeden Fall sRGB nehmen oder bt-rack709. Das kommt allerdings auf dein Display an. Ich lasse mir ein sRGB ausgeben, da ich ein sRGB Monitor habe. Und bam, das Ding ist wieder zurück in also einer Pracht. Aber nun kommt hier hinten im Media Out noch lineares Zeug an. Und das sieht dann auf der Color Page schon wieder nicht so aus, wie es aussehen sollte. Deswegen müssen wir dieses Linear machen wieder rückgängig machen. Und dafür gibt es hier oben den Mode Lin to Log und Log to Lin. Das heißt, wir kopieren uns einfach nur mit STRG C, STRG V hier die Node, fügen die mit Shift gedrückt hier am Ende ein und wählen hier von Mode von Linear auf Log um. Und schon sind wir zurück im Log-Profil und schon kannst du sehen, zwischen Media in 1 und Media Out 1 ändert sich hier gar nichts. Das heißt, wir sind hier drin in Linear und können unsere Mathematik abschließen. Okay, soweit zu Log-Footage. Aber was machst du denn jetzt mit normalem Footage? Also Zeug, was schon die Gamma-Kurve hat. Und da nimmst du nicht das Denion Log-Tool, sondern die Gamut-Node. So, ich will hier das fertige Bild einfügen. Und dazu ziehe ich mir das Ganze hier mal rein und lasse mir das mal anzeigen. Das ist das Bild. Und das ist sRGB. Um dieses Bild linear zu bekommen, kann ich zwei Dinge machen. Entweder ich klicke auf mein Media in und kann hier unter Source Colorspace meinen Colorspace angeben. Und das ist hier sRGB. Und dann meinen Gamma entfernen und schon habe ich es linear. Oder um es ein bisschen deutlicher zu machen, für diejenigen, die auch ganz gerne alles in Nodes verbuftelt haben, suchen wir uns die Gamut-Node raus. Die macht im Prinzip genau dasselbe. Ich sage dem Ganzen, das ist ein sRGB-Bild und remove das Gamma. Und hinten raus als Output aus dieser Node, also Output Space, möchte ich kein Gamma hinzufügen. Und schon ist das Ganze linear. Und wenn ich meine LUT aktiviere, sieht es wieder normal aus. Super. Und mit ein bisschen Arbeit sieht das Ganze dann so aus. Und in diesem Projekt kannst du das natürlich 1a nachvollziehen. Ich habe zu den wichtigen Stellen immer dazu geschrieben, was ich hier gemacht habe. Und schau dir mal in der Paint-Node an, was ich hier gemacht habe. Okay, soviel zum manuellen Linear-Setzen. Lass uns mal angucken, wie wir das von DaVinci Resolve machen lassen können. Und zwar hast du in deinen Project Settings unter Color Management, DaVinci YRGB und du hast hier DaVinci YRGB Color Managed und ACES, was auch Color Managed ist. Okay, würden wir jetzt DaVinci YRGB Color Managed nehmen, müssen wir diese Tools hier überhaupt nicht nutzen. Und du siehst, es sieht jetzt alles irgendwie ziemlich funky aus. Und das liegt daran, dass DaVinci Resolve von Haus aus jetzt versucht, die Media-Ins schon linear zu machen. Wenn wir das DaVinci Resolve Color Management nutzen, dann kann es sein, dass manche von Haus aus nicht gut erkannt werden. Und um das zu ändern, kannst du das ganz einfach hier mit Rechtsklick auf dein Media unter Input Color Space ändern. Hier hat er nämlich zum Beispiel P3 erkannt, was überhaupt nicht stimmt. Denn das Ding ist sRGB. Und zu schwupps, stimmt das Ganze wieder. Und das ist der Grund, weshalb ihr eigentlich in meinen Tutorials so wenig von diesen Cineon Log und Gamut Notes seht. Weil ich nämlich meistens für die Tutorials das Color Management anschalte. Das ist einfacher für die meisten, um nicht nochmal zusätzlich irgendwelche Schritte zu nutzen. Aber es ist wirklich wichtig, dass ihr in Fusion in linear arbeitet. Wenn du jetzt noch mehr zum Gamma wissen willst und wie das mit dem Display und so weiter funktioniert, dann schau dir doch mal Tims Video dazu an. Habe ich dir hier verlinkt. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.